Hallo und herzlich willkommen bei Grillen mit Kikkoman. Mein Name ist Adi Matzek, ich bin Doppelgrillweltmeister und heute machen wir was heimisches aus Wald und Wiese, unsere Champignon gefüllt mit Spinat. Die Kikkoman Sojasauce bringt mir beim Ablöschen eine wunderbar natürliche Salznote in die Spinatfülle. Die Champignons gelingen euch am besten, wenn ihr sie indirekt auf einem Holzbrett platziert, grillt, ca. 180 Grad. Ich finde, mit unseren gefüllten Champignons haben wir ein tolles Gericht für Wald- und Pilzliebhaber. Bis zum nächsten Mal. ein oder? Bis zum nächsten Mal. Es wird sehr gut sein, falls ihr jetzt.